Meine YouTube-Geschichte wird sich nun nur noch auf meinem letzten Kanal abspielen. Mein erster und letzter Kanal heißen beide Luha und dadurch hat meine Geschichte ein rundes Ende. Was ich hier auf dem Kanal mache, kann sich jeder zu jeder Zeit anschauen. In meiner gesamten YouTube-Zeit habe ich viele Fehler gemacht, die ich später erst realisiert habe. Ich habe viele neue Freunde gewonnen und alte Freunde verloren. Dennoch bin ich allen dankbar, die mich dabei unterstützt haben. Ich bereue keinen Fehler von denen, die ich gemacht habe. Denn alles, was negativ ist, hat auch etwas Positives. Jede Entscheidung in deinem Leben hat etwas Positives und etwas Negatives. Ziehe das Gute raus und erkenne deine Begabung. Schau auf das Schlechte und lern aus der Erfahrung. Danke. Danke. Danke.